Hallo meine Bros und Hosts, willkommen zum neuen Video mit dem Thema 15 Punkte im Englischabitur. Heute sage ich euch, wie ich es geschafft habe, 15 Punkte im Englischabitur, im mündlichen Englischabitur zu erreichen und das, obwohl ich eine der strengsten Prüferinnen der Schule hatte, die prinzipiell keine 15 Punkte gibt. Das Ganze hat nichts mit Glück zu tun, sondern war der Tatsache geschuldet, dass ich mich sehr gut vorbereitet habe und sicher war, dass ich inhaltlich sehr fit bin. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, ich möchte eigentlich euch nur zeigen, dass ihr die Note erreichen könnt, die ihr ursprünglich auch erreichen wollt, wenn ihr euch tief ins Zeug legt und Vertrauen in euch selbst habt. Das ist nicht so möglich, was schulische Leistung betrifft und ihr müsst euch eigentlich nur sehr gut vorbereiten, um sehr gute Noten zu schreiben. Bei mir war das so, dass ich mich zwei Monate bevor die Prüfung angefangen hat, mich vorbereitet habe. Ich habe mir Übungsklausuren erstellt und bin die zusammen mit anderen Mitprüflingen durchgegangen. Ich habe Konnektoren mir aufgeschrieben, Fachvokabeln angeeignet und sehr viel auswendig gelernt. Alles, was auch in dem Buch Englischmeistern das Handbuch für die Oberstufe erwähnt wurde, das kann ich euch super empfehlen. Es hat mir geholfen, auch durch die Oberstufenzeit komplett sehr gute Noten zu schreiben und mich bestmöglich auf das Englische Abitur vorzubereiten. Und so habe ich mich auch sehr fit inhaltlich gefühlt. Aber es war auch so, dass man sich mit Prüfungsangst beschäftigen sollte. Bei mir ist es immer so, dass ich hatte schon zwei Monate vorher schon gedacht, was ist, wenn ich diese Prüfung verkacke, was ist, wenn ich ein schlechtes Abitur bekomme. Weil diese mündlichen Prüfungen haben ja auch so einen signifikanten Einfluss auf deine Endnote. Und es kann sein, dass du irgendwie einen schlechten Tag erwischst und dann auch eine sehr schlechte Note schreibst in beiden mündlichen Prüfungen und dadurch dein Abitur im Prinzip eigentlich auch in die Tonne treten kannst, weil du dann so schlecht abgeschnitten hast und deine Zukunft einfach verbaut ist. Im Endeffekt kann ich euch sagen, dass sowas nicht eintreten wird, weil es sind einfach diese Worst-Case-Szenarios, die dein Gehirn einfach durchgeht. Deswegen ist es immer sehr empfehlenswert, dass du dich so früh wie möglich mit deinen Gefühlen und mit deinen Ängsten nicht beschäftigst. Ich habe, wie gesagt, auch zwei Monate vorher angefangen zu schauen, was sind die Worst-Case-Szenarios, die ich mir vorstelle, was passiert, wenn ich wirklich diese Prüfung verkacken sollte. Und dann habe ich mich drei, vier Tage intensiv damit beschäftigt und es war dann so, irgendwann war mein Gehirn damit komplett am Ende. Es hat dann gedacht, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich bin dem Ganzen irgendwie überdrüssig und möchte nicht mehr darüber nachdenken, weil irgendwann wird es auch langweilig, wenn du immer denkst, das wird so kommen, das wird irgendwie das Worst-Case-Szenario wird irgendwie so eintreten, aber irgendwann merkst du, es wird nie irgendwie sowas passieren. Deswegen, dein Gehirn wird schon merken, das ist einfach nur Schwachsinn, was ich mir ausdenke und ignoriert dann diese Ängste. So war es auch bei mir, dass ich am Tag der Prüfung komplett tief und entspannt war. Ich hatte gar keine Probleme mit Prüfungsangst und ich konnte auch schon entspannt in den Tag starten, weil die Prüfung bei mir erst um 13 Uhr anfing und ich bin schon um 6.30 Uhr aufgestanden, weil ich gerne ganz entspannt in den Tag starte. Ich habe einfach mal locker zwei Übungsaufgaben, bin ich durchgegangen, damit ich einfach mal wieder fit bin. Das ist ja noch nicht selbstverständlich, dass dein Gehirn direkt normal arbeitet. Ich will auch nicht, dass ich zum ersten Mal Englisch spreche, wenn ich direkt vor den Prüfern stehe. Deswegen einfach mal, um sprachlich aufzuwerben, dass du fit bist, dass du ein bisschen gesprochen hast, deine Zunge locker ist, dass man da einfach mal ein paar Übungsklausuren, mündliche Übungsklausuren durchgeht. Und ich habe einfach mal ein paar Motivationsvideos auf YouTube angesehen, damit ich weiß, warum mache ich das Ganze, warum gehe ich durch diesen ganzen Stress, was will ich nach dem Abi machen, warum ist mir das Abi so wichtig. Das ist ganz wichtig, dass man so mal wieder ein Ziel vor Augen hat, dass man weiß, okay, ich bin verbissen, ich möchte auf jeden Fall das Ziel erreichen und komme, was wolle. Alles, was mir in den Weg steht, werde ich irgendwie eliminieren. Ich werde einfach nur durchgehen und sagen, und einfach nur das, was ich erreichen möchte, werde ich durchziehen. Ich konzentriere mich nicht darauf, was passieren könnte, wenn ich versage. Das ist ein ganz gutes Mindset, was man hat, damit man nicht klein beigibt und einfach sich durch jeden kleinen Fehler verunsichern lässt. Und deswegen bin ich auch eine Stunde vor der Klausur, einfach vor der Prüfung einfach mal schon zur Schule gegangen, damit ich ganz locker und entspannt erst mal Musik hören und spazieren gehen kann, dass ich runterkomme und entspannt bin. Das ist auch ganz wichtig, dass du nicht zu oft an die Klausur denkst. Auch wenn die Prüfung in zwei, drei Stunden ist, scheiß drauf. Das ist egal, wann die ist, sondern versuch einfach nicht mehr, versuch einfach nicht mehr an diese Prüfung zu denken. Das ist ganz wichtig, weil viele machen sich wirklich so ein mentales Monster daraus, dass man bald eine Prüfung scheint. Das ist irgendwie ein Tag wie jeder andere. Deswegen solltest du einfach mal ruhig und gelassen bleiben. Nur mit dieser Gelassenheit kannst du auch wirklich dazu beitragen, dass du dein Bestes in dieser Prüfung gibst. Bei mir war das so, ich bin dann auch 20 Minuten vorher, bevor man in diesen Vorbereitungsraum kann, bin ich da in der Schule angekommen, habe mich einfach ganz locker mit meinen Mitprüflingen unterhalten, gefragt, wie deren Tag so war. Ich wollte nicht unbedingt wissen, wie die Prüfung abgelaufen ist und was für Noten die hatten, weil dadurch kann man sich ganz schnell verunsichern lassen, weil man auch denkt, dass das Thema, was die selbst, die anderen Prüflinge hatten, dass man das auch bekommen kann und sich da irgendwie falsche Hoffnungen macht und dann einfach enttäuscht wird, wenn man die Klausur aufdeckt oder wenn man sich auf das falsche Thema in den letzten 10 Minuten vorbereitet hat, weil man denkt, dass man dieselbe Prüfung bekommt, die der andere Prüfling bekommen hat. Deswegen macht dir da keinen Stress draus, sondern bleib entspannt, bleib locker. Und so war es auch so, dass ich dann in den Prüfungsraum ging. Da hat man ja diese 30 Minuten Vorbereitungszeit. Und dann wurde mir diese Klausur ausgeteilt. Ich decke da wirklich diese Klausur auf. Das war wie in einem Film. Ich musste dann anfangen zu grinsen, weil es exakt die Themen waren, auf die ich mich vorbereitet war. Es war ja klar, dass die wichtigsten Themen der letzten drei Kurshalbjahre drankommen. Und dementsprechend wurde ich auch ganz ehrlich, auf was man sich vorbereiten sollte. Dann habe ich auch angefangen, sehr, sehr prägnante Thesen aufzustellen in Stichpunkten und durchzugehen, was ich sagen wollte, weil du hast ja nur 15 Minuten in dieser Prüfung. Deswegen solltest du deine Thesen so knapp wie möglich formulieren, aber dass man diese zentralen Aussagen, die du hast, einfach, dass du diese schnell formulieren kannst. Weil der Protokollant wird einfach auch mitschreiben und die Prüfer werden abhaken, welche Themen hast du beim Erwartungshorizont erfüllt. Hast du das erwähnt? Bist du darauf eingegangen? Da musst du so möglichst viel in möglichst kurzer Zeit auch wiedergeben können und dabei auch zeigen, dass du inhaltlich fit bist und sprachlich dich sehr gut ausdrücken kannst. Und dann habe ich, nach diesen 30 Minuten wurde ich dann in diesen Prüfungsraum reingebeten. Da bin ich wirklich mit Brust raus und einfach mal tief durchatmen, damit man wieder entspannt ist, damit man nicht zu sehr versteift ist in dieser Schreibposition, dass man sich da zu sehr mit beschäftigt hat. Deswegen einfach ganz locker. Ich habe mir gedacht, dass es wie ein Schauspiel im Prinzip ist, weil du musst versuchen, dein Publikum, also das sind diese drei Menschen, die vor dir stehen, die zwei Prüfer und dann nochmal die Protokollantin oder der Protokollant, dass man diese Menschen beeindrucken möchte mit seinem Schauspiel. Das ist ja nichts anderes als eine Rede, die du vor Publikum hältst. Deswegen habe ich da auch einfach meine Lösungen runtergeraten. Ich habe erklärt, was ich sagen wollte, wie ich die Aufgabenstellung angegangen bin. Und dann waren diese 15 Minuten auch ganz schnell rum. Dann gab es nochmal kurze Fragen, auch von der anderen Prüferin, die sehr streng war. Die hat mich ja auch am Anfang so ein bisschen strenger gemustert. Und dann darauf bin ich eigentlich nicht eingegangen. Ich hatte dann auch wirklich so einen Tunnelblick und wollte einfach nur das sagen, was ich zu sagen hatte. Und bei den Fragen bin ich da auch möglichst aus verschiedenen Perspektiven rangegangen. Du musst bei diesen Fragen zeigen, dass du reflektiert antworten kannst und in möglichst kurzer Zeit auch entsprechend mit Fachvokabular auf diese Fragen eingehen kannst. Und so war das auch, dass ich super aus verschiedenen Perspektiven geantwortet habe. Und dann war die Zeit eigentlich auch ganz schnell rum. Und ich sollte dann wieder rausgehen und warten, bis die Prüfer sich besprochen haben und konnte dann eigentlich nach Hause. Und vier Stunden später musste ich in die Aula, um meine Note zu erfahren. Es war dann so, dass der Oberstufenleiter die Noten in der Aula vorgelesen hat. Und es hat mich dann auch sehr gefreut, als er dann vorgelesen hat, dass ich 15 Punkte in der Prüfung hatte. Es hat mich, wie gesagt, auch nicht sonderlich überrascht, weil ich gesehen habe, dass die, während ich quasi geredet habe, dass die beiden Prüferinnen auch manchmal so die Wimpern hochgezogen haben und erstaunt waren, was für Ausdrücke ich kenne oder wie ich dieses Thema betrachtet habe. Meistens muss man ja auch zeigen, wie fit du in aktuellen Themen bist oder wie deine Meinung zu bestimmten Themen ist. Und da kannst du einfach mal die beeindrucken, indem du aus einer anderen Sicht argumentierst. Und da wusste ich so, dass ich da ganz fit drin war und auch mein Bestes gegeben habe. Und ich war auch mega stolz darauf, dass die Prüfer dann auch gesehen haben, dass ich selbst mein Bestes gegeben habe. Und genau, ja, dann nach Englisch gab es bei mir noch die Deutschprüfung und das erzähle ich euch gerne mal in einem anderen Video, wie ich die mündliche Prüfung im Fach Deutsch dann auch gemeistert habe. Genau, und da die Kernaussage, die ich euch geben wollte, ist, dass ihr mit einer guten Vorbereitung wirklich jede Note erreichen wollt, die ihr euch in den Kopf setzt. Also denkt euch nicht, dass das mündliche Abi irgendwie so ein riesiges Monster ist, was nur die stärksten Schüler irgendwie besiegen können, sondern es ist halt wirklich eine Prüfung oder eine Klausur wie jede andere. Da müsst ihr euch keinen Kopf machen. Seid einfach locker. Seid euch bewusst, dass die Lehrer euch auch wohlwollend sind. Die wissen, dass die Note einen sehr krassen Einfluss auf eure Abinote hat. Und dementsprechend werden die jetzt nicht darauf bauen, euch irgendwie vier Punkte reinzudrücken, sondern werden euch schon auch wohlwollend sein. Deswegen kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr Angst habt, wie ihr euch inhaltlich vorbereiten solltet oder wie ihr diesen sprachlichen Teil meistert, da kann ich euch wirklich nur Englisch meistern empfehlen. Da habe ich auch die letzten paar Wochen mich mit beschäftigt, wie man perfekte Einleitungssätze aufschreibt oder wie man einfach mal bessere Konnektoren rausfindet, wie man eine Übungsklausur gestaltet. Genau, und das war es eigentlich auch wirklich, was ich für das englische Abitur, für das mündliche Englisch Abitur mitgenommen habe. Genau, ja, das war es auch wirklich mit dem Thema. Hat mich gefreut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt. Mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Wenn ihr euch für die Deutschprüfung nochmal interessiert, wird auch bald ein Video rauskommen dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.